Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTuber's Live. Ich vermute, dass diese Folge vielleicht sogar die letzte sein könnte. Ich bin mir da noch nicht so sicher, weil es gibt ja keine Lebensziele mehr. Es gibt hier nur so das normalen Schmarr machen, Walks, Hilfe bei Events und das war's halt dann einfach. Oh, du bist auch fertig. Das ist schön, bevor du doch hochrennst. Einmal hochladen und bleib stehen. Nein. Ihn fühlt man immer. Ich hab viel umarmen. Vielleicht traf das euer Ehe, aber... Okay, ja, dann machst du mal nichts. Ich bringe wahrscheinlich eh wieder irgendeinen Scheiß mit, weil ich bei so einem Event bin. Okay, keine Vorgaben. Ich nehme ein Kleid, was so ein Event geht. Okay, 2,9. Man sieht halt immer, was man bewirbt und was gut geht und was halt einfach nicht gut geht. Und was erzählst du uns jetzt, das ist ein neues Spiel. Ja, komm, die Wertungen sind gut, also keiner kennt wahrscheinlich das Spiel und geht einfach heim. Geht einfach und ach ja, es erscheint übermorgen. Und tschüss, ja, hm, ich geh da mal. Alle klatschen, die 5 Leute, die da sitzen. Wenigstens nervt uns, das ist nicht weg, diesen Monat nicht mehr. Ähm, reden. Nein, eigentlich noch Spielfrage. Eigentlich möchte ich das Spiel nicht hören, aber... Man kann ja was anbotsen. Hey, ich hab schon wieder 10.000. Ja. Ja. Das sieht eigentlich aus bei uns im Netzwerk oder insgesamt. Wir sind doch eh die Ersten. Okay, dann darfst du mir nicht zugreifen gerade. Ja. Bestimmt hast du irgendwann meinen interessanten Auftrag für mich. Okay, dann mach ich. 700 hier, ja, natürlich. Mach das im Namen auf dem PC, das heißt, die blockieren nichts. Ist das gerade unser Freund hinter uns gewesen? Verfolgte uns auf diese komischen Spieltermine? Einfach nur, um uns aufhalten zu sehen. Yay, wieder XP. Also da kriegt man halt echt einen Haufen XP, wenn man sich auf so eine Messe da hinstellt. Wir könnten auch rein theoretisch unseren ganzen Wissensbaum ausbauen. Komm, das machen wir. Wir sind so kreativ. Ähm, öffnen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, dass das Spiel von der anderen Tosse ist. Yay. Ja. Hallo. Was willst du? Nee, ich möchte nicht auf eine Party. Öffnen. Harper ist jetzt jemand. Wer ist Harper? Wer zur Hölle ist Harper? So, wo bist du, Heini? Heini wird den pieten Haaren aufnehmen. Hopp. Was war dieses Spiel hier? Eine Review. Und zwar auf dem Zweier. Automatisch weiter. Ja, ich habe einen Talentpunkt bekommen. Reduziert. Komm, machen wir mal Koop. Das nächste noch Sternchen. Okay. Ja, nun brauchen wir halt eigentlich alles nicht. Das ist halt alles so. Gefeuchtnis ist halt auf fünf in diesen Punkten. Und ich glaube, die kriegt man nur bei jedem dritten Level ab. Wie viele Level gibt es eigentlich überhaupt? Ganz ehrlich. Gibt es da irgendwie so eine Mindestanzahl? Ja, wir könnten unsere Fähigkeiten auf 100 ausbauen. Aber das möchte ich, glaube ich, nicht. Ja, aber wir kaufen uns jetzt mal ein neues Spiel. Ähm, Amazon. Häuser Veröffentlichungen. Ähm, was haben wir denn hier? Ah, das sieht doch super aus. Um im Burger Burger irgendwas akzeptieren. So. Komm, geh schon mal dahin, dass du ein Spiegel nicht abholen kannst. Irgendwie glaube ich nicht, dass unsere Mitarbeiter mit dem Next fertig werden. Ich möchte einen Einser haben. Okay. Aufnahme starten. Weiter. Hä, sind die jetzt beide fertig? Ich hoffe es für die beiden nicht. Wurzeln sie nicht. Aber das hängt schon wieder so ein toller Auftrag aus. Aber da müssen wir jetzt nicht mehr hingehen, die Monat. Ah, es ist erst eine förmliche Begrüßung. Ähm, jetzt machen wir fachlichen Kommentar. Ähm, du hast ein verstecktes Item gefunden, eine Nerv-Kritik dazu. Zusammenfassung des Spiels. Ähm. Ja, cool. Wir sollten schauen, dass wir die Punkte kriegen. Mörderischer Blick. Jetzt haben wir schon mal fünf. Ähm. Komm, ein bisschen Copyright rein. Das ist immer wichtig. Hey, da rennt irgendein Heini durchs Bild. Cool. Wir brauchen immer noch ein bisschen Spaß. Haha, ich bin ein Pro-Gamer. Haha. Das ist das Hauptmenü. Ich hab das Hauptmenü gefunden. Stellt euch das mal vor. Ähm. Küsschen. Ich übertreib's manchmal. Ähm. Ein feierlicher Schrei. Yay. Mensch, Spiel ist da. Weil. Und startet gleich. Oh mein Gott. Ähm. Ein lustiger Kritik. Unten zockt einer. Ähm. Ja, also ich kann nicht so fette Bildaufnahmen machen. Weil im Moment hätte ich keine Hose an. Also, keine Ahnung. Ich hocke ziemlich oft ohne Hose da. In der alten Wohnung dann noch. Noch mehr freizügig. Aber. In der Wohnung, wo wir Fenster haben. Die. Eigentlich. In der Innenstadt sind. Kam mir das jetzt nicht so gut vor. Ja. Haben wir alle Werte drin? Ja. Können wir irgendwelche Doppelden. Doppelde, die ins Doppelde gehen. Cool. Dann machen wir einen Doppelden, der ins Doppelde geht. Machen einen. Doppel nach unten. Und machen ein Ende. Super. Ich bin der Schneidemaster schlechthin. Okay. Was machen wir? Weil ich im Funkos. Äh. Machen wir auch Titelwellen. Ändern. Rezeptieren. Boah. Interesse voll da. Oh, laden. Oh, du bist fertig. Das freut mich. Kannst du gleich eine Preview für mich aufnehmen? Hochladen. Video aufnehmen. Hey, jetzt kann ich mir bei meinen Mitarbeitern ein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Kann man da mal drüber nachdenken? Eine Preview, bitte. Und zwar nimm mal die drei, müsste frei sein, automatisch weiter. So. Ich schlafen gehen. Und mein Freund ist wieder weg. Ich wollte mich gerade für ihn fertig machen. Oh, nur positive Kommentare. Gleich mal bewerben. Boah, das geht ab. Okay, ich wollte bewerben. Ich denke mir nur so, boah, das geht ab. Und so, ich wollte ja bewerben, da war ja was. Da kannst du dann auch gleich die Kommentare moderieren. Habe ich gleich 2000? Warte mal, wir müssen uns den Verlauf jetzt mal ein bisschen anschauen. Hm. Also, es steigt gut hoch. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein Hit werden. Und jetzt wollte ich mir so Missionen mal anschauen. Oder irgendwas. Und daneben, da müssen wir Lockerplätze einzeln. Ja. Tja, ich habe bei irgendwie jedem so Freundschaft schon. Missionen, ist da irgendwas cooles. Auftrag hier Review. Ja, das machen meine Mitarbeiter. Handy ist eh nichts spannendes. Kanal. Ist da irgendwas noch? Gut, es gibt keine Warnungen. Ich bin Level 33. Habe das doppelt wie der. Ja. Easy alles. Nur diese Missionen, glaube ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, weil ich ja hier sehr erfolgreich bin und ich denke nicht, dass mich irgendwer nochmal einholen wird. Ähm. Das ist jetzt die letzte Folge für diesen Spielstand. Weil wenn ihr noch irgendwelche kreativen Vorschläge habt, was man noch so machen könnte, so, keine Ahnung, hier erreicht bitte 5 Millionen Abonnenten mit diesem Gaming-Spielstand, dann könnt ihr das natürlich gerne schreiben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen wollt. Also, wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich offiziell durch. Wir haben keine Missionen mehr. Wir haben nichts mehr zu erreichen. Wir haben unser Lebensziel erreicht. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Staffel dann praktisch wieder. Ey, ist das unser Freund? Nein. Ja, wir haben unsere Ehe für beinahe zerruttet, aber das ist mir eigentlich auch egal. Und wir sehen uns das nächste Mal dann einfach wieder bei der neuen Staffel von YouTube. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.